Man kann sich ja nicht nur über Blondinen lustig machen. Kennst du, kennst du? Wir haben ja schließlich auch noch die Ausländer. Wow! Was ist das, ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? Wie nennt man einen Ausländer, der in einem eigenen Haus lebt? Adoptiert! Sitzen zwei Ausländer in einem Auto. Wer ist der Fahrer? Ein Polizist! Oh, hell nah! Okay, okay. Chill aus, Larry. Was ist das für ein Spiel? Wie hält man einen Panzer der ausländischen Armee auf? Man erschießt den Kerl, der ihn schiebt. Was ist ein Ausländer ohne Rasenmäher? Arbeitslos. Hey, wenn euch das alles zu hoch ist, kann ich mich gern auch mal auf euer Niveau begeben. Auch wenn's da unten ziemlich dunkel ist. Was? Das war ein Achievement. Hört ihr die Comedy-Show von Louis bis zum Ende an? What? What? Untertitelung des ZDF, 2020